Und damit ein herzliches Willkommen wieder zurück bei Sims 2. Ja, unsere Jennifer ist zur Arbeit zu spät gekommen und ist sehr beschämt, wie man ja sieht. Und wir haben deshalb auch wieder wenig Geld in der Kasse. Das ist noch das Schlimme. Wieder da hinzu. Oh, das Schufa, oh, oh, Herxa, oh, oh, yeah, maybe, ah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Der freut sich gleich. 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 Der freut sich gleich gleich. Es ist einfach. Ja. Nib Nub! Yip Nub! I don't want to go to the girl, it's the only one who is here. The one to go to the girl. We do not want to go to the girl. Ich bin Andreas, blau, natürlich. Jetzt macht der kleine Starre. Und sie ist ein Mutter. Ich glaube Andreas kann sich mal um das Baby kümmern. Und sie ist ein Mutter, das ist ein Mutter, das ist ein Mutter, das ist ein Mutter. Quess? Kamus Bandtrip. Schäfflett. Pala Foy, ja? Puh, Nuka. Mache, viel Spaß, Baby. Zapsi Nubu. Jepoma. Ich hätte jetzt gedacht, ja die fahren noch so Krankenhaus und sowas. Aber Pustkuchen. Okay. Doch, könnte vielleicht sein. Erstmal nie. Schibi Merkib. Mola. Frisbee, yeah. Oh, Harfin Wanu. Kambo Fuba. Da. Nofario. Hemisbnath. Finu, bene. Jenshjill Shopa. Verda. oh dann halbworn haha jetzt ja 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 fahnd du wohnen auf du bist hier der mann im haus Oh Mann, Entschuldigung, muss er was sein? Achso. So, hat sie Sonsa Bedürfnisse? Energie, natürlich. Gut, dann machst du ein Schläfchen. Weil, wenn sie jetzt schlafen geht, dann kommt sie auch noch pünktlich an bei der Arbeit. Sie ist so weit. So, Schläfchen. Weinen ist alles in Ordnung. so gut ja ich würde sagen damit beende ich dann die sims folge und ich wünsche euch ein schönes auch und bis jetzt in der nächsten folge wenn es wieder heiß sims 4 mit jennifer vor allem wir haben jetzt ein baby das wird sicher interessant die nächsten folgen ja und ich würde sagen das war es dann von mir mit v